Dass ich es organisieren kann, dass wir überall... Ja, da muss ich stundenlang messen. Aber so jetzt, das geht schnell. Ich habe die Masse hier. Wenn Sie ihm den Auftrag geben würden, dann gebe ich Ihnen noch eine Karte von mir, damit wir abmachen können, dass er sauber messen kann. Ah, er muss dann noch sauber messen. Ja, und dann kann ich es organisieren. Das kreten wir dann an. Ja, das ist so wichtig.